hallo und herzlich willkommen zurück bei castellator mit apes odyssey ich glaube hier überschneidet sich was er bückt sich immer ob hier überschneidet sich eine kreuzsteuerung erhalte moment ich kann dich doch übernehmen nicht dann gleich war ein armin habe ich das vergessen habe ich vergessen dass da min waren ich glaube ich habe wirklich vergessen dass der min waren kann passieren ich habe heute wieder ein tag erlebt das war wieder mal was ich denke legt mir am arsch denke ich mir jetzt gerade auch man wartet darauf dass geld auf der bank ist weil man will ja ob man hier seine rechnung bezahlen tja nie nun fuffi jetzt wieder leck mir am arsch dass buchungen immer so langsam sind ich mag die musik mit kashi abrocken ne das klingt geil fuck ich wollte die mine mitnehmen ach mann wieso hast du mich nicht die mine mitnehmen lassen slick das klingt Hallo. Hallo. Passt. Wir müssen ja mit Elum hieran vorbei. Wir nehmen noch einen mit frei Haus. Da, langsam habe ich es raus. Ah, warum nehme ich nicht die Abkürzung? Haha, Abkürzung! Ich bin doch mal viel schneller. So, Elum. Willst du rennen? Kernbehindertes Vieh? Warte! Du bist Kernbehindert! Mann! Mann! Elum! Digga! Ey! Das kann doch nicht euer Ernst sein heute, oder? Na gut, heute ist Montag. Heute ist eh ein beschissener Tag. Aber Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Dass ihr nicht dann springen wollt, wenn ich will. Kann doch nicht ernsthaft euer Ernst sein. Das... Das ist doch... Ne, ich muss doch von einer Seite durch. Oh Jungs, ihr beide seid so kernbehindert! Oh, jetzt sind wir nicht alle irgendwo kernbehindert, aber... Ey Jungs, kommt schon! Nicht springen wollen! Hallo! Oh, sorry! Na wenigstens nimmt deine Nebel hier, ne? Mal gucken, kriegen wir das jetzt hier eine Mine mitzunehmen? Nö! Ah Jungs, aber ihr seid doch echt so... Nö! So stupid! Nö! Hallo! Na... Nö! 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 Guck mal, ey die Scheiße! Nö! 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 Wim mir nicht sicher, ob wir noch einen Ring brauchen! So, Elum. Nö! 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 So, Elum. Nehmen wir noch mal einen mit. Du bist mir nicht sicher. Flump. 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 Okay, das liegt jetzt Besitzer eines neuen Elums. Ja. Nochmal. Elum, du bist scheiße. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat, das ist mir jetzt ein Rätsel. Warum auch immer. Aber hey, bin doch nicht. Ah, halt's nochmal. Habt ihr das Rätsel jetzt auch gerade geblickt? Habt ihr es auch gerade geblickt? Ja, ich hab's geblickt. Ach man, ich bin so dumm. Der Schwachkopf da oben bietet es mir doch schon an. Er bietet es mir fucking an. Der Sound ist momentan komisch. Controller, willst du wohl? Da läuft nichts richtig. Wisst ihr, was er mir anbietet? Um einfach durchzulaufen. Und jetzt hier durchzuspringen. Und jetzt ihn zu übernehmen. Ja, darauf muss erstmal kommen. Der hat es mir doch schon angeboten. Mit seinem Hallo. Ach man. Ich muss den da erschießen. Moment. Na, haben wir es geblickt? Haben wir es geblickt? Oh, komm Elum. Verpissen wir uns hier endlich. Komm, wenn ihr habt mit Elum, muss hier bleiben. Auf. Wiedersehen. Elum. Elum. Ah, na toll. Das heißt, wir haben gleich das Ziel erreicht. Ah, Checkpoint. Schön, schön, schön. Hallo. Hallo. Ah. Muss sie das sein? Ne, zu einshaft. Musst du das sein? Wollt ihr mich verarschen? Hallo. Okay, wir kommen nach unten an. Hallo. Ach. Muss ich mich einfach nach rechts stellen? Kann das sein, dass ich mich nach rechts stellen? Ich muss nur noch sehr wenig Zeit haben, ihm zu folgen. Hallo. Hallo. Fick dich. Kommt schon, Leute. Muss doch gehen. Hallo. Oh, fuck. Hallo. Scheiße, ich bin nach... Ah, ich bin dagegen gekommen. Sorry. So ein kleiner Rucker nach links und er geht auch nach links, ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Okay. Und da hast du dich nochmal über den genauesten Controller der Welt gefreut. was ist. Wf!? WIE? Aber hey, die... Das ist doch voll die Verarsche! Das ist doch voll die Verarscheidung! Ja, das ist doch voll das Problem. Aber ich wüsste euch, das mit der Mine hat der Sack extra gemacht, ich sag's euch. Runter, hoch, runter, runter, hoch, runter. Guck schon gar nicht mehr hin. Guck schon gar nicht mehr auf den Controller, ich tippe einfach nur wie ein Blinder ein. Ah, das ist der Tempel. Ah, Brutstätten. Der Scraps und Versuchsgelände der Argentiken Udakons. Versuchsgelände? WTF? Trotze den tödlichen Fallen von Scabernia und weiche den bösartigen Scraps aus, um deine Bestimmung im Herzen des Tempels zu entdecken. Mich irritiert immer noch Versuchsgelände und... Wieso probiere ich nicht eigentlich mal, ähm... Ein gewisses Tool aus? Ah! Ein Tool, womit ich auch Slow Reaver zum Laufen bekommen hab. Boah! Leckt mich am Arsch! Wissen wir's, was das Schlimmste ist? Hier ist doch noch ein Secret! Mäh! 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 Neee! Lach mal! Hehehe Ach maaaannn Ich hasse das Warum laufe ich nicht einfach mit dem Typen hinein? Warum? Warum mache ich das nicht einfach? Ich weiss das ist nicht so einfach wie ich es mir anfangs gedacht habe Ja Ja Mach sie fertig Ja Okay Ich musste Minen schaffen Und dann mit dem Typie Ein auf Dauerfeuer machen Das ist so mies Du hast ja kein Checkpoint System Ah das ist so mies Was? Hä? 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 Eins Zwei Eine halbe Sekunde Eine Sekunde und eine halbe Bum tick Bam tick Bam tick Bam tick Ah Fick dich Ah maaaann Leck mir die Eier Leck mir die Eier Vergisset 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 Wisst ihr was toll ist Die Beta von Sea of Thieves geht bald los Die Beta Und ich hoffe mein Computer schafft das Den Scheiß überhaupt aufzunehmen Könnt vielleicht ein bisschen ruckeln Hä? Könnten nur ein Thäumchen vielleicht ruckeln Also die Alpha hat wieder geruckelt Hm das schön Aber dafür Arsch viel Spaß Was? Nein Ah Du Spasti Ich hab nur auf Schleichen gedrückt Nicht springen Du Spast Gut Ah Ich muss die Steuerung kontrollieren Ah Ich hab jetzt schon keinen Nerv mehr Hä? Hä? Sorry fürs Schreien Hä? Ah Mann Hm Spastis Hä? Hä? Nein Ah 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 So Ein bisschen geübt Hä? Wie? Was war das denn jetzt? Du warst doch eigentlich tot Na komm friss ihn Na komm friss ihn Muss ich das verstehen? Ähm Hä? Hä? Ah Leute wir machen das beim nächsten Mal Leck mir am Arsch Haut rein Bis zum nächsten Mal Euer Kaschlator Danke fürs Zusehen Und bis denn Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal